Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier. Schön, dass ihr alle da seid und zwar geht es heute darum, dass Mrs. Crazy Diamond bei uns bei unserem Adventskalender mitmacht, auf dem Discord der Diamond Painting Community veranstalten wir ja einen Adventskalender. Jedes Jahr, letztes Jahr war schon eins gewesen mit 24 Türchen und 24 Gewinnern und dieses Jahr geht es auch wieder ein und ja, da macht's crazy diesmal mit und sie hat ein Bild gesponsert und das möchte ich euch natürlich zeigen. Ich denke, so ist es mit der Kamera besser. Genau und es liegt hier vor mir und wir gucken jetzt mal, was das hier ist. Zum Adventskalender werde ich nochmal ein separates Bücher machen, wo nochmal alle Infos zum Kalender kommen, aber so generell könnt ihr euch vorstellen, dass der Adventskalender so läuft, dass wir 24 Türchen haben, wie ein ganz normaler Adventskalender. jeden Tag wird eine Aufgabe gestellt, die Aufgabe müsst ihr erfüllen, dann landet ihr im Lostopf und am Ende des Tages werden wir verlosen. Das machen wir auf dem Discord in einer Live-Übertragung, einfach damit wir ja aller Schuld befreit sind quasi. Und ja, jetzt zeige ich euch hier endlich mal das Bild. Das ist so süß. Das hier ist das kleine Erdmännchen, Sing Sing heißt es. Sing Sing ist total niedlich, in der Größe 20 x 20 cm mit 15 Farben, das ist so eine Flauschi-Leinwand. Das ist total niedlich. Ich finde es sehr, sehr goldig. Da ist auch ein Toolkit dabei, mit einer guten Pinzette, einem Stiftchen, ein Schiff und etwas Wachs und sogar ein Squishy und ein Mehrfachaufsetzer sogar. Alles dabei, was man braucht. Und jetzt gucken wir, ich lege das mal hier so ein bisschen an die Seite. Das ist Flüssigkleber, daher kann ich hier nicht viel kaputt machen, glücklicherweise. Oder gucken wir uns doch mal, wie es scheint uns so an, sonst wird es nicht viel zu kurz. Also wir haben ja eine Legende. Bebilderung, wie man Painted, dann das große Bild von Sing Sing, welche Größe das ist und hier nochmal die Farben mit der DMC-Nummer, wie viele Steinchen gebraucht werden und wie viel Gramm das sind. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann gucken wir, was hier drauf zu sehen ist aus den Steinchen. Das sind eckige Steinchen übrigens. Und das sind das Harzsteinchen, ja ich glaube das sind, ja das sind Harzsteinchen. Eckige Harzsteinchen und hier drauf steht die DMC-Nummer und die Grammzahl, hätte ich jetzt gesagt. Sekunde, das kontrollieren wir. Ja, die Grammzahl, also die 842, mindestens 2,01 Gramm werden benötigt und 2,14 Gramm sind drin, also mehr als benötigt. Das sieht schön aus, die Steinchen. Also wer auch immer das gewinnen wird, ich weiß auch nicht in welchem Türchen das sein wird, das werden wir dann sehen. Der kann sich freuen auf dieses niedliche kleine Erdmännchen. So, ja, das ist der kleine Erdmännchen von der Crazy. Vielen, vielen lieben Dank Crazy für deine Spende, dein Sponsoring an die Diamond Painting Community für den Adventskalender. Und ich hoffe, dass es auf jeden Fall jemand bekommt, der sich schon immer ein Erdmännchen gewünscht hat. Niedlich ist es auf jeden Fall. Sehr, sehr niedlich. Und ja, dann war es das schon heute. Also es war ein kleines, kurzes Unboxing, aber das macht ja nichts, ne? Klein, kurz ist immer niedlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich glaube, das war jetzt das letzte vor dem großen Erklärvideo. Ähm, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, wo ich euch erkläre, was es überhaupt mit der Diamond Painting Community und dem Adventskalender auf sich hat und wie das alles vonstatten geht. Genau. Dann sehen wir uns. Bye, bye.